Du hast mir? Ich bin mir sicher, ich habe gerade... Ah, ein Hammer, ne? Ah, sehr gut, Dankeschön. Oh, sogar mit mehr Speed. Mehr Speed! Okay, ich glaube, jetzt kann ich keine Rüstung mehr machen, oder? Boah, das geht ja richtig schnell. Oh, yes. Daniel, du bist ein Schatz. Ich weiß. Guck mal, wie schnell das geht. Ja, geht das schnell? Ja. So, den Rest, den ich habe, anbarren, packe ich einfach mal... Okay. What the... Nein! Was denn? Oh, Jesus Christ. Was hast du gemacht? Scheiße. Hast du ein Shortsort gemacht? Na, ich wollte in eine Kiste einfach Sachen reinpacken. Hab die Kiste geöffnet und hab einfach Shift-Click gemacht, weißt du? Und dann schön Trash rein. Guck mal, was man mit so einem Hammer machen kann. What the hell? Rampen. What the fuck? Ja, auf jeden Fall, wenn du eine Truhe öffnest, nicht mit Shift-Click draufklicken, weil sonst geht alles nicht in die Truhe, sondern ins Nirvana. Oh, okay. Also, eine Trash-Can, weißt du? Oh, ach so. War jetzt, war jetzt... Ach so, ja, stimmt. War eh nur ganz, ganz wenig, aber... Ich habe mich... Ich könnte mich... Er weiß nicht. Nervt mich jetzt trotzdem ein bisschen. Guck, dass du mich daran erinnerst. Es könnte auch echt schnell mal passieren. Weißt du, denkst du... Ich habe so viel gesammelt. Tschüss. Weißt du, dann denkst du, yo. Läuft. Äh... Sieht scheiße aus. Dieser Dirt-Kacke hier. Dirt-Kacke, ja. So, jetzt zieht, denk ich mal gleich, äh... Unser Typ hier ein. Not a valid housing. Ach so. Ah, genau. Wir brauchen noch mehr Holz. Stimmt. Wegen dem... Wegen der Wall. Oh, okay. Das geht ja echt hier... Richtig speedy auf einmal, ey. Oh, ich habe übrigens ein... Ja, eine Amboss in der... Ja. Hast glaube ich auch gerade irgendwie kaputt gemacht, oder so. Oder ich? Ich weiß nicht. Also, wäre mir nicht bekannt. Hier ist übrigens jetzt ein Goldfisch, ne? Der rumläuft. Warte, ich will sehen, ich will sehen. Cool, oder? Hä? Ach so. Ich habe den gerade gesehen, aber ich dachte, das wäre so eine Stadtschule hier hingepläst, weil er sich in dem Moment nicht bewegt hat. Ja. Hm. So, was sollen wir tun? Ähm. Jetzt ist Tags, ne? Dann können wir schon mal nach rechts gehen. Mal gucken. Okay. Und ein bisschen Holz sammeln nebenbei. Ich habe übrigens ganz viele von diesen Teilen... Ah, Horn. Warte. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. So. Und... Ah, schade. Ich dachte, das würde in dem selben Moment kein Boom machen. Ich würde alles bekommen. Boah, das ist ja alles weg, Snake. Boah, das ist ja so einfach... Langsam. Einfach richtig langsam. Ich freue mich schon, wenn wir hier diese Corruption-Geschichten haben. Diese Corruption-Hammer und so weiter. Hm. Das geht dann richtig ab. Dann ist... So. Das ist Crap. Was ist denn Crap? Hä, WTF? What the heck? Ich dachte, das wäre jetzt zu Ende gewesen. Du kannst ja Shift halten und dann hat der Outmatch das Ding in der Hand. Vergess dich immer wieder. Ah ja, stimmt, ne? Der Shotcut für einfach ein Dings nutzt man ja Haar, ne? Oh, Moment. Hier, Kiste. Hast du hier Crack drin? Acht Liedbaren, 80 Rope, 33 Shuriken und ein Speer. Geil. 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 Ich benutze jetzt ein Speer. Geil. Geil. Dunkel. Hell. Dunkel. Guck mal, da unten ist Liedbar, glaube ich. Ich glaube, das ist Liedbar. Liedbar? Ist das Liedbar? Ist das Liedbar. Ist das Lied? Lied. Lied. Lied all. Hallo? Shift. Oh, ich habe keine... Ja. Ich habe keine Torches mehr. So. Jetzt aber wieder. Das ist irgendwo Copper. Jetzt Copper. Jetzt Copper. 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 So, jetzt machen wir die Kacke kaputt. Warte. Oh, ich merke schon, wie viel ich hier davon bekommen habe. Boah, so viel. So viel, ey. Oh, guck mal, da geht's weiter. Oh, guck mal, da geht's weiter. Oh, guck mal, da geht's weiter. Oh, guck mal, da geht's weiter, ha? Oh, noch mehr Lied. Wir hören den... Ah, wir hören den Regen sogar immer noch. Oh, das ist Tanksten. Das ist Lied oder Tanksten? Lied? Äh, Lied, ja. Lied. Warte, was ist hier unten? Oh, das ist Tanksten. Ist hier irgendwas besonderes? Oh, ja, warte, geht's weiter. Oh, guck mal, warte, was ist das? Ist das ne Falle? Pass auf. Was? Wo? Da unten, was ist das? Sieht aus wie irgendein schlafendes Etwas. Hallo? Oh, okay. Was war das? Irgendwie nen Haufen Coins irgendwie. Keine Ahnung, ich hab 410 Kupfer bekommen. Kupfer-Coins. Auf irgendeinem Grund. Oh. Joa, okay. Gut. Ist hier irgendwas? Oh, lol. What the hell, ey? Krieger, wir müssten jetzt hier. Ich glaub, wir müssten das LP einfach zwei Loops spielen, äh, Terran. Voll so, oh, was ist das? Oh. Guck mal, Flying Fish geht ab. Tschüss. Oh. Hey. Oh, warte, ich mach das hier unten kaputt, lieber. Oh, ne Truhe. Oh, Junge! Steck dir mal den Truhen zu her. Ja, was ist da drin? Nein. Warte, was ist da drin jetzt? Hier, hast du sogar das. Und das. Und das. Was ist da drin? Was ist da drin? Und das. Nichts mehr. Es ist, es ist genau das, was da drin war. Ja, genau. Ich hab dir alles gegeben. Sollen wir nicht die Truhe abbauen? Ja, genau, mach mal. Wie geht das denn? Äh, jetzt ist fast alles mit Spitzhack nur noch möglich. So. Yes, yes, yes. Ähm. Yes, yes, yes. Moment. Der Trick des Jahres. Blopp. Hä? Blopp. 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 Wieso hören wir eigentlich immer noch den Regen hier? Ja, ne? Na, egal. Egal. Weißt du. Weißt du, jetzt lernen wir alles kennen. Du hast doch jetzt auch nen Schiff, ja. Ja, ja. Und demnächst lernen wir alles so kennen. Und dann, neues Update ist verfügbar, weißt du. Und alles wieder komplett anders. Ja. Ja. Dann sind sie wieder zwei Nubes. Wobei, ey, boah, das ist krass eigentlich. Ich hab nicht gedacht, dass so viel in dem neuen Update drin ist eigentlich. Ja, das ist ja unglaublich, wie viel hier ist. Warte, irgendwie hab ich das Gefühl, da unten ist was Tolles. Ich glaub, da ist was. Ja, da geht's auch noch weiter. Warte, hier ist Kupfer. Kupfer, opa, moppa. Ich mach schon mal nen Weg für dich hier nach oben. Ach, das ist sehr nett. Sehr sozial von dir. Ja, so kennt man mich. Manchmal. Ooooooooo. Geil. Alter. Nicht ernsthaft. Ach, ich komme. Meine Güte. Voll geil, die springen so nach vorne und du... Das hast du... Das hast du davon, dass du so sozial bist. Dankeschön Da war die ist noch ein bisschen Lead Haben wir das voll vergessen Ey guck mal Immer so auf so einer Mini-Stein-Dings Da ist immer eine Druckplatte drauf Ohne Kack Ja das sieht man nicht Ey hier ist ein Slime mit einem fucking Regenschirm Boah läuft bei ihm Ey du hattest irgendwie drei Silvercoin dabei Wieso hast du nur drei Silvercoin dabei gehabt? Weil Entweder ist was in der Kiste Oder ich bin zu oft verreckt Achja wir machen ja später Warte mal konnte man in der Kiste eigentlich Ja man konnte irgendwo Geld einzahlen In der Kiste oder so Also in der Kiste kannst du dein Geld einfach einpacken Ja wir müssen noch eine Kiste haben mit Money Money off the dime Ja was ist jetzt eigentlich dein Vorhaben Du kommst nicht wieder oder? Ja doch doch Ich bin gerade auf dem Weg Aber ich habe hier gerade noch so eine Abzweigung gesehen Mit noch einer Kiste Die Mann ich habe ganz viel Crack gefunden Und hier ist ein Umbrella drin Umbrella You will fall slower while holding this Oh das ist doch nice Da kannst du jetzt einfach überall Kann ich mal nicht verrecken Ja Dann kannst du irgendwo runterfallen Ohne dass du gleich den Löffel abgibst Ja wir haben richtig viel Lead Oh Ey was ist das Was Ey Was Hier ist eine Falle Die poisonet einen Mann wo ist die hier Wo ist die in der Druckplatte Nein Das ist natürlich scheiße H-U-H-I-H-I-H-U Auf den Druckplatten Da muss man sich echt in Acht nehmen Ey die sind voll klein Ey die siehst du Und scheiß Gerade eben hat es sogar gerade gedonnert Glaube ich Oh weißt du was Aber man kann ja einfach mal Die Druckplatte in die Hand nehmen Und dann einfach durch die Gegend fiezen Dann sieht man ja Fallen Oh stimmt Gute Idee Ey das ist ja ein richtiger Exploit Ich Aber wieso haben die das Was ist das Fliegerfisch Flyingfish Genau Oh Was ist das hier Hier kann ich einfach runterspringen Oder Um mit zu sterben Ja Oh Ich sehe da was tolles Das sieht gut aus Ich kämpfe hier gerade noch ein bisschen Mit Umbrella Slimes Yo Mach das Aber ich bin gerade noch auf dem Weg Und hier kommen ständig fliegende Fische Oh In der Höhle schon Achso Ich bin ja immer noch nicht Team Grün So jetzt bin ich Team Grün Das wäre mal von Vorteil Ja Ich kann es am Anfang irgendwie vergessen Ja ist ja nicht schlimm Ist mir auch nicht aufgefallen Autsch Mir ist es aufgefallen Wo ich auf die Map geguckt habe Und dachte mir so Ja und gleich sehe ich sowieso Exo wieder Wer da rumläuft Ja das ist schon praktisch So hier ist Daniel kann man nicht auch Ich hier guck mal her Bau mal ab Und dann packe ich gleich eine Torch hin Ist es nicht so ähnlich wie bei Dingens gewesen Auch wie bei Minecraft war das nicht mal so Geht das da? Mach mal Bau mal ab Ich soll abbauen Und dann baust du eine Torch Genau den untersten einfach Achso nicht da Also Den untersten einfach Abbauen Einfach den untersten nur Ich hole den ja Okay Nee da ist egal Nee ich dachte das wäre so wie bei Minecraft gewesen Jedenfalls kann ich mich an sowas erinnern In der Art Dass die einfach auch einfach so Aufgeploppt sind Okay Wir müssen auf den gleichen Block hauen Wo ist der? Wo brauchst du drauf? Da genau Das ist Da oben ist Lid Ah da oben ist Lid Nein das ist Eisen oder? Oder ist das Wolfram? Nee Nee das ist Tankschen Das ist Tankschen da oben Oh guck mal da ist das erste Herzchen Oh nice Willst du es haben? Ist mir egal Mir auch Nimm du das Hier Hol du das Nimm du das Nimm du das Oh du Mann 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 Ich bin so gut hearted Weißt du Nimm mal das auch so Ja keine Ahnung Ich bin Brain of Car Heute Und meine Stimme Oh guck mal hier Hier haben wir Au Okay Gefährliches Monster haben wir hier Gefährliches Monster 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 Ich hab gerade ein bisschen Angst Hier sind was? Was ist das? Sofier Okay Sofier Oh das Gel Geil Da schmier ich mir erstmal die Haare Ähm Oh Was ich bekommen hab Oh nein Ja ist nicht so weit weg Kannst du Schnell machen Ey Und ja das ist noch mehr Tankschen Ich hab grad ne Ich hab glaube ich ein bisschen Money dabei sogar Yo Du müsstest da irgendwie 31 Silber finden Moment Ich bin grad noch am Tankschen abhauen 33 Ja Da ist ein Fische Fische Au Was war das? Alter Good night Das hat mich gerade richtig erschreckt War da noch ne Druckplätze oder wat? Ich weiß es nicht Jedenfalls war da TNT Und das ist einfach rum explodiert Er läuft ey 30 Silber Weißt du was Ich hab Alle Träume zerstört Ich müsste Ich hab Ich nehm die Druckplatte jetzt wirklich auf irgendeinen Slot alter Wo das Weiß ich nicht Wo ich das weiß nicht Schnellen Access zu haben Weißt du Ja Das ist echt Nicht feierlich In den dunklen Gang reinzugehen Weißt du Das ist irgendwie immer hier voll Killer ey Die haben jetzt Ich glaub die haben es richtig Badass jetzt gemacht ey Ja Also das ist schon wirklich Nicht schlecht Also das haben die wirklich gut gemacht Jetzt hat man so noch ne größere Herausforderung Ja Richtig Scheißer Richtig scheißer Aber ich find's irgendwie geil Ähm Hast du zufällig zwei Druckplatten? Oh ne warte Ich hab hier schon eine Die sind zwei Gräber nebeneinander? Ne Ja Eins von dir Eins von mir Warte Sekunde Das war die Stelle Da wo wir verreckt sind Ja Und da siehst du Da noch dieses ganze Erz Und da ist immer die Explosion Oh und ich hab grad auch ne Bomb bekommen Wenn man denn vom Teufel spricht Oh Warte mal Wow War das ein Nein ich bin Ich weiß nicht wie ich das geschafft hab Aber ich steck fest Also ich mein ich kann mich hier abbauen Aber hier steck ich gerade fest Habe ich echt good job gemacht Wie krieg ich mal denn das hin? Ich hab keine Ahnung Warte ich hab Angst Warte Warte Ich mach hier ne Torschen Und dann mach ich wieder Pressure plates Und guck Ob hier nicht irgendwo Ja Aber ich frag mich Ob das nicht angezeigt wird Erst nachdem man da drauf getreten ist Ey Ne ne Das kriegt man auch so schon So Oh man Leck mich doch Schleim Ey Hallo Okay Diesmal nicht Gibt's eine? Ja Die Falle krieg ich mich diesmal nicht Oh Pass auf Diese Skelette Aber die kann man richtig gut töten Mit dem Mit dem Speer Ja Oh ja Geil Ich komm lieber zu dir Oh Daniel Ich hoffe ich seh das gerade richtig Unten seh ich irgendwas blau leuchtet Ich hoffe das ist dieser Mushroom Keine Ahnung was Ich glaub das ist einfach nur so ein Ähm Wie nennt sich das nochmal Ähm Ne Qualle Qualle Ja Aber das ist Leuchtet sehr stark blau Ich will's hoffen Wär sehr cool Sehen wir ja gleich Shane wir ja gleich So lass einfach hier runtergraben Jo Äh das Kopper Oh doch Guck mal Oh yeah Oh nein Oh nein Oh nein Und da Fünf die Graf rausholen Und dann So zwei Speere Zack 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 So Also Kopper ist zwar ein Amethyste Amethyste Oh komm ey Da 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 Ah doch Topass Topass Tico Amethyste war doch hier Der Das lila ne Oder violett Ja Guck mal da, das ist ein schönes Bad. Oh, wie kommt die jetzt angeglitscht? Sie ist halt richtig ein Badass. Aber hier können wir doch gleich mit diesen blauen Mushrooms, können wir uns Heilung Potions craften. Hm. Richtig nice. Oh, hier haben wir, oh, noch mehr Copper, glaube ich. Oh, aua. Das ist ja so sandartige Blöcke. Oh, so much Zeug. Hä, was war das? Und das war auch noch so ein Sand. Hier, ähm, regenerier dich ein bisschen. Du hast nicht mehr so viel Leben. Unten höre ich ganz viele Monster. Eigentlich das Campfire, das sieht nur cool aus. So wirklich viel bringt das nicht unbedingt. Naja, während man hier am Abbauen ist, äh, ist das schon nice. Oh, jetzt mach ich wieder kaputt. So. Links, rechts, oben und unten. Okay. Leute, das ist hier Topaz. Guck mal, das ist was. Topaz. Topaz, topaz. Topaz. Okay. Du gehst jetzt nicht sterben, oder? Ich hoffe nicht. Warte, hier gibt's hier eine Falle. Hier gibt's Mutterschleim. Oh, hier ist ein Herz. Ja, gönn dir. Gönn dir mal, ne? Oh, hier geht das Metall auch mit Spitzacke kaputt, ja. Und. Ha. Oh, pass auf. Oh Gott. Loben. Attack. Wo wird die... Boah, Alter, was geht die für mir? Das ist wirklich schlau. Huh. Meine Güte. Glowing Mushrooms. Alle nehmen, alle nehmen, alle nehmen, alle nehmen. Alle nehmen, alle nehmen. Oh, das ist ja cool. Wenn du spät kannst, kannst du einfach durch die Wände einfach die Teile holen. Teilweise. Aber das ist ja wirklich nur sehr klein. Das Ding hier? Ja, etwas. Gerade eigentlich. So, schade. Aber so viele Biomen, die es mittlerweile gibt, ist schon, ähm, ist okay. Es gibt ja mehrere von diesen blauen Dichern. Mhm. Oh Gott. Ich, äh, nein. Okay, kommt zu Schaden. Alles cool? Okay, dann gehe ich auf. Nicht cool, nicht cool, nicht cool, nicht cool. Was ist das, was ist das, was ist das? Hilfe. Da ist Slime. Dann mach. Da, 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 da. Hol dir die golden Chests. Nein! Oh Gott, jetzt bist du dead. Was war das? Noch ein golden. Ich weiß nicht. Fucking ernsthaft? Ja. Ist von oben runter gekommen. Ähm...